Nach über zehn Jahren Erfahrung mit unserer Heilpraxis haben wir herausgefunden, dass es sechs wichtige Hauptfaktoren gibt, die verantwortlich sind für die meisten unserer bekannten Krankheiten. Diese sind die Ernährung und die Mängel, die Entgiftung, biophysikalischer Stress, das Immunsystem, der Körper und die Struktur und das Mindset und das Seelische und wir haben speziell zu diesen sechs Hauptgründen für 90 Prozent aller Krankheiten die besten Experten eingeladen, um ihr geballtes Wissen zur Verfügung zu stellen, kostenlos, für komplette, ganzheitliche, großartige Gesundheit, für dich und deine Familie. Ja und jetzt auf geht's, auf geht's, mach mit, trag dich ein, wir freuen uns auf dich.